Kumadasana, auch Kumadasana genannt. Raffaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus. Du hebst im Lotus die Knie nach oben, bringst die Ellbeugen um die Oberschenkel und verhakst die Finger. Dieses Kumadasana, eine Stellung für Gleichgewicht, gute Massage der Bauchorgane, eine Stellung, um den Geist nach innen zu richten und zur Ruhe zu bringen.